Das war's für heute. Wenn ich krank war und echt komplett ausgefallen bin. Voll für'n Arsch. Voll so'n Virus eingefallen. Überhaupt nicht schön. Ach, verdammt. Also mit Controller wäre das echt... wäre das wesentlich einfacher. Das muss man schon sagen. Aber, das wird schon klappen. Okay. Gehen wir mal da links. Kurz zwischenspeichern. Yes. Da bin ich doch rechtlich. Feine Sache. Na komm schon. So'n Scheiß. Ja, ansonsten, was gibt's Neues, Leute? Ich muss erst mal demnächst wieder ein paar andere Videos machen. Weitere Let's Plays und so weiter. Also ich hab jetzt erst mal einiges vor. Mal schauen, ob ich das auch alles zurzeitlich hinbekomme. Oh, ich glaub, hier wird gleich ein neuer Metroid waren. Das sieht auf jeden Fall nach so'n Schaupfluss aus. Oh, Tatsache. Oh. Oh Gott. Das wird ohne Controller überhaupt nichts. Wahnsinnig schwer gerade. Und ich bin ja erst bei den... ... bei den Anfängen. Oh Gott. Okay, hier ist nichts. Das sind nur so ne... ...stellen, die so markant aussehen. Genauso wie bei Zelda, wenn da an der Mauer... ... das ein bisschen dunkel ist. Aber jetzt mal gucken. Okay, den hatte ich auch. Hatte ich nicht auch den Murphball? Ja, passt schon. Das ist nur noch ein bisschen gekämpft hier. Schön auf der Jagd. Oh, Leo. Na, komm her. Ach, Gott. Also der Hinweis mit dem Controller, der ist... Ach, Gott. Hey, bros. What's going on? This is CartmanBot. Be sure to subscribe to my channel if you haven't already. Cause subscribing makes you feel good.